Hallo zusammen, willkommen zurück bei The Hunter Car of the Wild. Heute geht es im Yukon zusammen mit dem Zappo auf die Jagd. Grüß dich Zappo. Grüß dich. Und ich war ja jetzt in den letzten beiden Folgen auf Grizzly Grind. Und da heißt es jetzt erstmal Jagddruck entfernen von den Grizzly Spots. Da haben wir jetzt ordentlich Jagddruck aufgebaut und den möchte ich erstmal entfernen, bevor ich da die nächste Runde starte. Und da habe ich mir jetzt ausgesucht das Sumpfgebiet. Wir haben jetzt 9.20 Uhr. Wir haben Elch und Karibu. Dränkezeit. Und der Zappo wird mich hier begleiten. Der hilft mir ein bisschen dabei zu jagen, ein bisschen Unterhaltung. Und dann schauen wir einfach mal, wenn wir hier durchs Gebiet ziehen, was wir hier finden, was wir erwischen. Ich wünsche euch viel Spaß und auf geht's. Soweit man zwei, die Karibus haben wir gerade verpasst. Trinkzeit ist zu Ende, die hauen gerade ab. Ah, okay. Ich habe noch versucht, die zu callen, aber die sind schon außer Reichweite. Ich meine, man könnte einen Schuss versuchen jetzt im Laufen. Die Laufen relativ langsam. Naja, also nochmal kurz vor den Zuschauern. Wir hatten uns hier extra schon auf Lauer gelegt, hatten ein paar Karibus uns ausgesucht. Damit wollten wir das Video beginnen, aber die Karibus haben es vermasselt. Soviel dazu. Ja, macht ja nichts. Ich sage mal, wir haben aber jetzt die Elchzeit. Darum wollte ich eigentlich auch her, denn ich zeige es mal ganz kurz auf der Karte. Wir haben hier richtig viele Tränkegebiete von Elch und Karibu. Und da müssen wir einfach fündig werden. Von daher alles okay. Wir laufen jetzt mal Richtung Osten und schauen, was wir alles finden. Na, und die sonst haben wir hier auch noch. Oh, da habe ich noch einen Karibu. Würde ich gleich mal schnappen. Ja, holst du hier, holst du hier. Na, dreht man. Dreht man hinterher zu. Ich warte mal, bis es dreht. Jetzt. Na. Riegt. Na, wieso trifft man den ja nicht? Jetzt. Na, der hintere habe ich zu. Ich weiß zwar nicht, was du hier jagst. Sind Karibu, der 3er, 300 Meter. Also getroffen habe ich es, aber ich glaube nicht gut. Ich dachte mir, wenn du hier eh schießt. Warte mal, ich habe noch einen Elch. Mit Visier. Gib mir nochmal einen Schuss ab. Ja, geht auch runter. Oh, guter Start. Ja, Waffen habe ich jetzt bevorzugt die 300er für den Elch dabei und für das Karibu haben wir wie gewohnt die M1. Genau. Aber meine Zuschauer, die sollten das inzwischen wissen. Meine Lieblingswaffen sind jetzt, sind jetzt immer mit dabei und die passen eigentlich auf fast jeder Map. Hat man da eine gute Auswahl. Ja, kann ich nur zustimmen. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen Jagddruck hier erzeugen. So sieht es aus. Aber wenn es geht, vielleicht nicht unbedingt die schönen Tränkegebiete zerstören. Die haben wir ja richtig gut aufgedeckt hier. Na, ich ja sowieso nicht. Ja, ich bin da immer ein bisschen, ein bisschen schnell. Okay, Lungenflügel links. Leber. Magen. Danach nehme ich sofort das Karibu. Gold-Wertung. Und hier im Sumpf, hier hatte ich auch mal meinen gescheckten Elch gefunden. Kannst dich da noch dran erinnern, das war auch so ein Krampf, den wiederzufinden. Ja, ich weiß, ich hatte ihn ja gefunden. Ja, ich hatte ihn dann geschossen, genau. Dann haben wir ja ewig nicht wiedergefunden, weil der hinter dem Busch war oder er kam nicht mehr. Genau, wo denn der Bug kam. Oh, da ist noch ein Dreier Elch. Habe ich denselben, ich habe noch einen rechts. Nee, du hast einen anderen. Das ist ganz weit rechts. Ja, meiner ist von deinem links. Ich habe deinen gerade gespottet gesehen. Ich muss bei meinem aber erstmal ein Stück näher ran. Ich würde den mal mitnehmen. Ich muss bloß aufpassen, dass ich den geradeaus nicht vergessen habe. Bevor du schießt, warten wir noch kurz. Dann kann ich nämlich gleichzeitig schießen. Sonst ist meiner weg, wenn du schießt. Ja, immer ruhig. Weil du bist nur 100 Meter weg. Von deinem? Ja. Nee, von mir und meiner ist 200 Meter weg. Also ich weiß nicht, ob er den Schuss hören könnte. Aber jetzt ist er 180 Meter weg. Das wurde mir lang. Also du kannst runterzählen. Na, jetzt muss ich eine Waffe nehmen. Mein Elch suchen. Wo ist er hin? Ja, jetzt sehe ich ihn leider nicht mehr. Jetzt ist er irgendwo im Gras. Gras drin. Ja, so sehe ich ihn, weißt du? Mit dem Auge. Aber durchs Zielfernrohr ist er weg. Das ist natürlich ungünstig. Okay, durch den Baum, das wird schon. Gut, bin bereit. Warte, 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 jetzt muss ich meinen wiederfinden. Da ist er. Ja, zähl runter. Drei, zwei, eins. Ja. Ja, meine geht runter. Nein, auch. Ja, Elch ist immer ein bisschen spannend. Das dauert schon zwei, drei Sekunden, bevor die ersten 75 weggehen. Hier liegt auch noch der andere dritte Elch von dir. Wenn du da, ja, ich weiß, wenn du da rankommst, kannst du ihn gerne einsammeln. Na, Musik. Ansonsten, das liegt nachher in unserer Richtung. Ja, na, musst du ja wieder mit der Ränderdistanz beachten. Warte mal, ey. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, diese Ränderdistanz. Ja, aber wenn die neue Karte kommt, dann sollte das ja eigentlich gefixt sein. Ja, wie funktioniert denn irgendwas anderes nicht? Der Kodex wieder oder so. Na, mal gucken. Was, ach so, ich hab grad überlegt, was wollten sie denn da überhaupt reinbringen, aber das war ja mit dem Hund gekommen. Der hat ja wirklich riesiges Problem erzeugt. Ja. So, hier haben wir Blut. Ach, da liegt er. Hier haben wir hier einen Brunftschrei. Hier muss ich nachgehen. Jetzt leider von hinten. Elchkorn habe ich gar nicht ausgerüstet. Ich auch nicht. Ausrüstung, Lokmittel. Obwohl ich das eigentlich gern nutze bei Elch. Ja, na, wenn ich auf Elch gehe, das war jetzt relativ spontan. Dann hab ich den auch bei. Aber ich hab den Na, die Geweihrasseln hab ich bei. Falls Karibus oder so sind. Mal gucken, ob ich jetzt dein Elch noch finde. Okay, dann steht zurück. Oh ja. Schöne Schaufeln gehabt. Denkt man jetzt kein Diamant, aber... Vierer? Könnten vierer sein. Ich hab Lust zu Schaufeln gesehen. Okay. Na, Vierer kann auch Diamant machen. Ja, aber Rückenwind. Muss mal sehen, ob ich nochmal ran bekomme. Ja, obwohl ich bin mal getäuscht. Mal. Ein Dreier. Ja, ich hab den Schuss. Den Schuss fanden. Ich hätte dich mal warnen können. Dass ein Schuss fällt. Gut, ich sammle mal die beiden ein und dann... Ah, ich hab dir gerade den anderen Elch von dir gleich. Sehr schön. Schließe ich mir dich wieder an. Oh, hier liegt er. Ein Silber-Elch. Lunge und... Rücken. So wie so. Oh. Ging aber hoch durch Schuss dann. Ja, aber bei Lunge ist ja... Ist ja okay. Ja, manchmal bin ich ein bisschen zu vorsichtig. Gerade wenn die etwas weiter weg sind, zieh ich dann doch einen Tick höher, dass ich wenigstens noch die Lunge treffe und meistens ist es dann immer noch zu hoch. Ja, kommt bei mir auch ab und zu vor, ja. Oh, 600 Meter bist du weg. Na, ich hab dir deinen Elch gerade eingesammelt. Ja, den hast du gerettet. Ja, schon seit zurück. Ja, aha. Zurückgefallen. Wie, dass ich hier war. Sich zurückpfeilen lassen. So, warte mal, hier oben war das auch noch ein Trinkengebiet, ganz in meiner Nähe. Da wollte ich mal gucken, genau. Ja, haben wir schon ordentlich Jagddruck hier aufgebaut. Ja, hier habe ich schon mal einen Dreier Elch. Den lasse ich aber erst mal stehen, weil ich das andere Gebiet... Weil der ist schon weiter nach vorne. Da kommen wir ja eh noch hin. Und das Innen-Trink-Gebiet, das war hier noch ein Stück rückwärts quasi. Guck ich da lieber erst mal. So, mal gucken. Ja, wie mache ich denn das? Ich muss jetzt erst mal... Könnte ich doch mal davon ein bisschen warten. Dann komme ich jetzt mal zu dir, dass ich ja aus dem Jagdgebiet rauskomme. Ja, ja, ich gehe auch nicht vor. Ich gehe ja quasi zur Seite. Gehst du nach links weiter? Weil ich da gesehen habe, aber auch noch eins. Oder soll ich mal rüber? Na, ich gehe gerade nach links hoch zur Seite. Hier gleich das erste Elch-Trink-Gebiet. Weil bei dem... Also hier an dem etwas kleineren See, da ist da so ein Elch-Trink-Gebiet. Da wollte ich gerade gucken. Weil bei dem anderen, da steht ein Dreier. Das habe ich schon gesehen. Den lasse ich aber noch stehen. Weil da gehen wir ja eh gleich hin. Wollte hier bloß mal bei dem anderen schon gucken. So, ich komme der Sache näher. Ich glaube, das Tränke-Gebiet haben wir hier zerstört. Nicht abgegast, wo ich jetzt gerade bin. Mhm. Aber die sind alle noch okay. Die Trink-Gebiet hier. Also hier bei dem anderen steht auch ein Dreier-Elch. Das heißt, Ena könnte den nehmen und der andere dann den etwas vorgelagerten. Da haben wir wieder zwei Ziele. Mal gucken, ob hier vielleicht noch mehr steht. Oh, es fängt an zu schneien. Yay. Okay, Rumpf-Schrei-Präribison. Mal gucken. Zweier. Das lohnt sich nicht. Ja, auch nochmal für die Zuschauer. Präribison ist ja auch richtig erfolgreich zu bejagen. Hier findet man auch größere Härten von dem Wald. Ja, auch richtig viele. Das sind hier so im Sumpf verteilt. Die kommen hier immer her zum Ruhen. Und wo bleibst du? Kommst du? Ja. Im Eiltempo. Ja, nicht zu schnell. Also, weil ich habe hier schon 120 Meter vor mir mein Ziel. Und ein Stück weiter nach vorne steht dann noch ein Dreier. Also, bis auf 100 Meter kannst du bei mir ranrennen. Ja. In meiner Position. Ich komme so ein bisschen schräg, weil ich habe hier noch einen See. Da stand auf jeden Fall beim oberen, du kommst jetzt gleich zum unteren Trinkgebiet, da hatte ich nichts gesehen. Aber kann sein, dass da vielleicht jetzt was hingekommen ist. Aber bei dem hinteren an dem See, da steht ein Dreier. Guck mal, ich habe gerade einen Dreier gespottet. Ob das der ist, den du meinst? Warte mal nochmal. Warte, der ist gerade gespottet. Geht bis Wertung 213. Ja, genau. Das ist der, den ich meine hier. Den ich schießen würde. Also, den nimmst du. Guck mal weiter, ob ich noch was sehe. Nee, den nimmst du, den du gerade gespottet hast. Achso. Und hier, den ich habe jetzt auch gespottet und den nehme ich. Siehst du? Ja. Okay, warte, da kann ich noch ein bisschen rein. Die sind weit weg. Wie weit ist der einer weg? 120 Meter von mir. 20. Ich bin noch 130 von dir weg. Was man auch mal machen könnte, vernachlässige ich hier auch mal. Du machst das ja, das merke ich hier auch mal. Die Spuren verfolgen. Gerade wenn man hier eine Max-Rage-Spor hat, ich schaute meistens gar nicht hin. Aber es könnte sich einem echt lohnen, die zu verfolgen. Ich mache es aber auch nur bei bestimmten Tierarten. Also bei Elchen mache ich es, weil ein schöner Vierer auch schon... Zum Beispiel habe ich jetzt hier Brarie-Bieser bis 1200 gerade gefunden. Das ist eine Maximal-Kilo-Spur. Und der würde ich nachgehen, weil selbst ein... Das kann also ein Maximal-Level-Vier sein mit Maximalgewicht oder halt ein Fünfer. Und selbst die Maximalgewichts-Vierer können unter Umständen die ja sein. Aber auf jeden Fall lohnen die sich immer, die rauszunehmen. Könnte ich ja mal so im Hinterkopf behalten. Vielleicht klappt es. Okay, ich war jetzt hier in den Schuss. Ich bin hoch. Kannst runterzählen. Okay. Geht los. Drei, zwei, eins. War ein bisschen schnell, oder? Von mir gezählt. Nö, ging. Ging gut. Ich hatte meinen ja schon im Visier. So, jetzt muss ich mal schauen mit dieser Spur. Wie mache ich denn das? Wie machst du das? Dass ich die jetzt wiederfinde. Dass ich die nicht entspotte. Oder entmarkiere. Na, einfach keine andere Spur aufnehmen. Beziehungsweise auf der Karte siehst du eigentlich die Spur noch angezeigt. Selbst wenn du kurz ein anderer Tier spottest, wenn du die eine Weile verfolgt hast, die Spur, zeigt er die eigentlich noch an. Das Problem ist, die Spur ist weg. Die Spur ist weg? Ja, ich habe nur eine Spur gesehen. Hat mir eine Richtung angezeigt, aber... Keine. Also ich habe es ja als blau markierte Spuren. Keine mehr zu sehen. Dann ist das vielleicht ein Bug. Oder wenn du in die Richtung weiter gehst, kannst du sie vielleicht nochmal aufnehmen. Ja. Scheint sehr älter zu sein. Genau, der hat es auch gerade gesehen, oder? Den Elch da hinten? Nee. Ich habe den Elch gesehen, nee, nee. Ich dachte, wir hatten gleichzeitig gespottet. Nö, nee, ich bin gerade auf dem Weg, meinen Geschossenen einzusammeln. Ich habe da jetzt richtig Lust auf diesen Bison. So. Kannst du doch verfolgen, die Spur. Ja, ich habe eine Spur, die zeigt, dahin, wo ich meinen Elch geschossen habe. In die Richtung zeigt sie. Vielleicht ist er irgendwie übers Wasser gepackt. Ich verfolge das mal. Ja, dann ist er vielleicht irgendwo da im Ruhrgebiet. Also vielleicht sehen wir noch, wenn wir da lang laufen. Das ist durchaus möglich. 4-12 bis 223. Ich habe da mal einen Bison, einen weiblichen. Yacht! 4-12 bis 225. 7-8 bis 235. 5-14uxis. Ja der hat Spur aufgenommen. Jetzt muss ich erst mal kurz noch den Elch spotten. Das ist der Vierer. Also jetzt bei so Karibus, Renntieren oder Rotosch, Darmhöhe, Stützen zum Beispiel. So eine Tiere, die würde ich niemals verfolgen die Spur. Es sei denn, ich weiß, dass es eine seltene Fehlfarbe ist. Noch erkennt man es ja mit dem Glitch. Weil da die Chance einfach zu groß ist, dass es halt Level 3 oder Level 7 ist bei Rotosch. Aber so weit wie jetzt Elch, Bison, da würde ich hinterherlaufen. Fuchs, Löwe und Kojote, da würde ich auch hinterherlaufen. Wobei bei Löwe kann ein Maximalgewichtsspruch ein Siemer sein, aber da du eh nie so viele Löwen an dem See hast, würde ich da immer hinterherlaufen, um wenigstens einen kleinen Blick zu erhaschen, ob es ein Neuner ist. Ja, auf jeden Fall. Löwen sind ja nicht so, wie sagt man, so viele vorhanden. Und da würde ich natürlich auch so einer Spur folgen. Ja aber die Spur ist hier vom Erdboden verschwunden. Ja mal gucken, wie gesagt, haben wir Glück, dass wir das Ruhrgebiet finden. Kann ja sein. Man weiß es nicht. Mal hier oben. Ja, ach schade, jetzt war es gerade weg. Da hinten habe ich Bison. Warte mal, da laufen gerade ein paar. Da hatte ich einen Vierer. Jetzt seid ihr da vielleicht sogar, der Vierer? Ne, da war nicht Max. Okay. Ich hatte hier kurz unter dem Bügel noch ein Elch Richtung Osten, wo es irgendwo noch ein Elch stehen. So, ich gehe jetzt auf ein Elch, äh, auf ein Elchtränkegebiet zu. Du auch, sehe ich gerade. Das habe ich gerade in dieser und verschreckt. Das habe ich gar nicht gesehen. Nein, haut ab. Greift er mich an? Ne, ist auf der Flucht. Wieso rennen die in meine Richtung, wenn die auf der Flucht sind? Das muss man auch erst mal verstehen. Aber alle drei Weibchen gewesen. Die schieße ich jetzt mal nicht. Ne, ich wollte hier zu dem Tränkgebiet mal gucken, ob hier ein Elch steht. Oh, das ist eine ganze Herde. Hier kommt ein Dreier. Noch ein Dreier. Was hast du jetzt? Bison. Au! Jetzt hat mich gerade ein Bison umgerannt. Von hinten. Ist K.O. gegangen. Durch den Bison, ja. Von hinten kam mit an, die Meinheit. Du darfst nicht mit mir unterwegs sein. Die haben mich von hinten überrascht. Gerade gespottet. Ah, herrlich. Ernst. Hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier oben? Ist ja auch ein Ding. So, ich habe gerade meinen Elch gefunden. Ich schließe wieder auf. Mensch, das habe ich noch gehört gerade. Von wo kommst du denn? Wir sind ja von hinten wieder. Von hinten im Quad. Da kommst du ein bisschen herangefahren. Mach ich ran, ja. Mach ich ran, ja. Kann ich hier oben die Seen gleich kurz mal abbrennen, wer wie ist. Wer weiß. Vielleicht ist da ja was nicht. Schreib mal alles zu mir hier. Oh, ich glaube mein Herzschuss, der hat gesessen. Diesmal habe ich es riskiert. Dachte, nee, versuchst du es diesmal gar nicht erst hier in den Nacken. Versuchst du gleich mal das Herz. Lach aber sofort. Ich sag ja, bei Elchen ist das Herz eigentlich relativ leicht. Weil die haben schön großes. Ein großes Herz für Elche. Ich glaube jetzt habe ich es raus. Da lag der nächste mit dem Herzschuss. Noch ein Elch? Ja, der wollte bloß mal gucken, komm. Ja, ich denke mal jetzt kann ich erstmal auf dich warten. Ich komm schon, ich komm schon. Mach ruhig. So, ja. Schöner Gold hier. Herz. Dumpflügel links. Wer sich überrennen lässt, der muss sehen, was übrig bleibt. Mann, Ruf. Ja, siehst du hier oben halt gerade ein Dreier Elch verschreckt, weil ich zu dir ran wollte. Also hier sind auf jeden Fall auch noch Trinkegebiete. Trinkgebiete, Trinke. Mann, Mann. Wenn du die Spuren siehst, immer schön einklicken. Das muss ich dann auch später haben. Ja, dann müsste ich jetzt aber zurückrennen. Nee, das musst du nicht. Bloß beim Vorbeirennen. Naja, das war halt schon. Halibu ist sehr frisch. Du hattest mir ja auch erstmal auf die, unter den Tipp gegeben, dass der ganze Sumpf hier sehr attraktiv ist. Ich war ja auch ein paar Mal unterwegs, aber anscheinend immer zur falschen Zeit und der Sumpf war bei mir fast leer. Und ich könnte mich da eigentlich gar nicht mit anfreunden. Dann bist du mal irgendwann gesagt hast, der Sumpf da ist ein Topgebiet und ist wirklich so. So, warte mal, ich habe hier gerade die Bisans vor mir und da muss ich jetzt mal eins schießen. Oh ja. Aus Rache. Rums bis hierher. Ja, eine Rache muss sein. Ich habe hier eine blaue Spur. Was ist überhaupt hier trocken? Ah, die Mülldistanz wieder nicht in die Hunde oder was? Aber eigentlich... Ja doch, ist tot. Ist verendet. Die Rache ist mein. War jetzt nur ein Zweiermännchen, aber mir ging es auch jetzt eher um die Rache als um... ...besonders große Tiere oder so. Ich versche mich auch gerade an, hier war ein Warnroofon. Von dem Bison. Mhm. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist es hintermhang eine Herde. Und dein Max... Max Swade. Könnte auch dabei sein. Oder vielleicht ist keiner mal da. Hinten rennt ein Karibu. Ein Vierer. Lass ich jetzt aber erstmal. Wachsam. So. Bison. Ein Dreier steht 45 Meter direkt vor mir. Was machen wir denn da jetzt? 45 Meter? Ja. Ja. Was denn? Ja, warte mal. Hier sind noch mehr. Ich musste erstmal durchspotten. Hier haben wir einen Vierer. bis 178. Das reicht nicht. Das reicht nicht. So. Einer muss noch. Ja gut. Sagen hier lege ich mal an. Da ist eh na so weit weg, dass ich mich nicht mal spotten kann. Ist er ja nicht. Ich war mit Fernseher. Ich war mit Fernseher. So. Ich war um die Herde gekümmert hier. Okay. Ja, ich sammle die kurz ein und dann können wir uns ja. Ach, da bist du ja schon fast. So. Richtung Außenposten oder Aussichtspunkt treffen. So. Dreimal getroffen hier den Kollegen. Oh, Elch war ein Ruf. Verdammt. Direkt vor mir. Oh. Der wird jetzt fliehen. Ja. Da sehe ich ihn noch rennen. Ach Gottchen. Ein Dreier. Oh, da sehe ich schöne Schaufeln. Da ist mir jetzt erstmal mein Bison egal. Das muss ich mir das mal merken. Ah, ich kriege nicht gespottet. Ich will mir mal so ungefähr einen Wegpunkt setzen. Mal sehen, ob ich das nachher wieder finde. Ich geb。 Ich neiskasche. Bis zum anderen. Mmmh. Das ist der verursam oder. Ich le teen��러 instead. Ich hab dir den Kenfela genutzt. OTHER-. Ah, hier ist eine schöne Map. Ja, schöne Tiere. Bisons, Karibus, Grizzlies, Elche, Elche. Aber auch die Landschaft ist schön. Und der Wetterwechsel ist auch schön. Vergiss die Füchse nicht. Die Füchse. Die Füchse. Warte mal, ich hab so viele Bisons hier. Wo kommen die alle her? Oh, ich will sie gar nicht mehr bejagen. Wegen dem Elch, ne? Ja, ich will erstmal den Elch. Wenn ich jetzt hier rumballer, dann rennen sie weg. Dann renne ich hier wieder eine halbe Stunde den Bisons hinterher. Ich kenne mich doch. Aber spotten muss ich sie. Na klar, kann immer ein Fünfer-Bison bei sein, ne? Fünfer, Fellfarbe, ja. Na gut, die Fellfarbe, die... Oh Gott. Die würdest du erkennen. Aber ich breche das mal ab hier. Platz, oder? Ich brauche mich jetzt gar nicht zu dir zu kommen. Wobei du bist 700 Meter weg, ne? Ja, mein Elch, warte mal, der könnte 300, 400 Meter weg sein. Na gut, ich habe hier eh gleich ein Trinkgebiet vor mir. Dann gucke ich da erstmal hin. Ich breche mal ganz kurz hier die Bisonsuche ab. Ich will mich erstmal um den Elch kümmern. Und bin gespannt, was der Fehler ist. Ja. Ja, ich habe bloß die Schaufeln gesehen. Vorne hatte ich mich auch getäuscht. Da war es bloß ein Dreier zum Schluss. Na gut, aber die Schaufeln von dem Fünfer, die erkennst du. Weil die sind wirklich riesig. Wobei, von vielen Vierern können die auch schon recht groß sein. Ja, und ich habe ihn bloß so hinter dem Schilf im Gürtel stehen sehen. 12 dieser Bedürfnisgebiet. Da hat man ein Weibchen. Und hier drüben hatte ich noch ein Weibchen. Ich bin auch gespannt. Ich komme jetzt ganz ungünstig ran. Ich mache das Gefühl, dass ich hier die ganze Zeit ungünstig an die Trinkgebiete komme. Weil die irgendwie alle immer so in Senken drin sind. Da hast du schon wieder ein Weibchen. Ich spotte hier immer dasselbe Weibchen. Ja, das Karibu, ich gehe dort. Da geht es im Karibu Trinkgebiet, wundern mich, dass ich in Elch steht. Das ist ja auch wieder geil. Das könnte der Grund sein, dass da kein Elch steht. Meinst du? Ich bin nicht sicher. Und ich schleiche mich daran und schleiche mich daran. Oh, aber jetzt habe ich hier eine maximale Gewichtsspur vom Elch. 620 Kilo. Der geht in deine Richtung. Könnte der sein, den du gerade siehst? Ja, ich sehe ihn gerade nicht mehr. Das ist halt das Problem. Ich weiß ca. noch, wo er ist. So wird er nicht. Also mindestens ein Vierer muss das sein. Mit 620 Kilo. Vielleicht sogar ein 520 Kilo. Oh. Was ist das mit dem Hund? Laut? Wichtige Stellung? Nee, hat er jetzt nicht. Ich dachte aber, ich bin eigentlich in der Nähe, wo ich ihn gesehen hatte. Da steht er. Und? Das ist ein Vierer. Bis 620. Ja, dann ist er der. Ich habe hier jetzt auch mal ein Elch. Ein Weibchen. Ganz stark. Da packe ich da die, das Gewehr ja nicht erst aus. Also ein Dier ist er nicht, aber schöner, schöner Goldelch. Mhm. Gut. Äh, ich gucke mal. 400 Meter entfernt. Kann ich jetzt schießen. Stört ihr gar nicht. Oh, jetzt habe ich hier aber noch eine Gruppe Elchen. Da ist auch ein Dreier bei. Den schieße ich mal. Ach, so eine schöne Elchpirsch. Hat auch mal was, wa? Hm. Na, ich gehe ja gerne auf Elch. Dich musste ich davon ja immer erst überzeugen damals. Fand das ja nicht so. Nee, weil ich immer Elch, ich weiß nicht warum. Also Elch fände ich ja generell auch schön. Bloß ich habe die, glaube ich, immer wenige gefunden davon. Ja, aber jetzt kannst du ja die Spots. Ja. Also in Medved kannst du sie noch leichter und besser jagen. Ähm. An dem zugefrorenen Fluss einfach lang. Da hast du massenweise Elche. Schön frei auf dem Eis stehen. Super und auch so auf den Hängen teils, teils. Aber leichter kann man Elch nicht jagen. Das ist okay. Allerdings hatte ich in Medved, obwohl ich da wirklich schon viele Elche gejagt habe, da hatte ich auch schon gescheckte, also seltene Farben. Äh, melanistischen Weib, melanistisches Weibchen. Äh, aber mit Dias, ich habe da bis jetzt nur Trolle gehabt. Letztes erst wieder ein Fünfer, da habe ich schon an der Wertung gesehen, dass das ein Troll ist. Weil der, äh, nicht mal in DIA-Range war. Das muss man auch erst mal finden. Ein Fünfer, der nicht in DIA-Range ist. Der ging nämlich genau bis 274. Und bei 274 geht DIA erst los. Ja, da hast du schon mal ein Fünfer gefunden war und dann ist es von Anfang an ein Troll. Ja. Ja, schöner Gold, Trophäenwerdung 241. Mhm. So, wie sieht es denn aus? Ich hätte hier noch Praribison bis 11 Uhr, das ist vorbei. Ich gucke gerade hier oben, da sind zwar nur Karibus, aber vielleicht ist da ja noch ein Elch-Trinkgebiet, das ist man ja nicht. Ja. Aber wir haben schön hier einmal durchgezogen, sogar noch mehr, äh, Bedürfnisgebiet aufgemacht. Und wir gucken mal, perfekt. Wir haben fast den Jagddruck von meinen Grizzly-Spots entfernt. Okay. Ja, ich hätte, wenn man hier an den, an den Waldrändern noch ein bisschen lang geht, da würde man vielleicht sogar noch ein paar Wiesernruhrgebiete entdecken. Das kann durchaus sein. Ja, wo ich bin ja, weiter unten, da hatte ich auch schon einige Bisons entdeckt. Ich hatte die da auch in Ruhe gelassen. Mhm. Gerade dort im Wald, ja, genau. Das sind richtig gute Bisons-Spots. Mhm. Gut, Sabo, ich würde aber sagen, das soll zwar für unsere Elch-Jagd heute gewesen sein, Ziel ist erfüllt. Der Druck ist abgebaut. Wir haben richtig gut Beute gemacht. Und werden wir jetzt doch noch was finden. Wir werden noch eine Weile jagen. Dann können wir das ja nochmal hinten dran hängen ans Video. Ansonsten soll es das gewesen sein. Und macht's gut. Bis später. Bis später. Ciao.